Rot, rot, rot. Rot, rot, rot. Nein, es ist schwarz geworden. Ja, wir beobachten das jetzt mal. Ich werde auch gleich, wie gesagt, den Roulette-Tisch nochmal kaufen. Aber so weit sind wir noch nicht. Oder lieber zwei Automaten. Roulette-Tisch oder zwei Automaten? Was meint ihr? Alkohol ist ja auch bedenklich. Was, findest du? Roulette-Tisch oder zwei Automaten? Roulette-Tisch oder zwei Automaten? Zwei Automaten. Ach, guck mal, er hat schon wieder 100 verloren. Geil. Spielen die eigentlich hier oder was? Alter, wie können die da alle gewinnen? Mach einen vernünftigen Job hier, Mensch. Roulette-Automaten-Roulette. Okay, die meisten haben Roulette. Da werde ich mal hier einkaufen gehen. So. Roulette oder Poker. Also, pass auf. Grab 1, Poker 2, Roulette 3 in den Chat. 1, 2 oder 3. Oh, und wir müssen jemanden verbrügeln wieder. Schleich dich! Poker, Roulette, Poker, Poker, Roulette, Poker, 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 Roulette, Roulette, Poker, Roulette, Poker, Poker, Roulette, Poker, Poker, Ich glaube, ich glaube, Poker ist wirklich weit vorne. Wir kaufen Pokertisch, Leute. Wir kaufen Pokertisch. So. Wir kaufen Pokertisch. Ihr habt entschieden. Da brauchen wir ja selbstverständlich auch noch einen Mitarbeiter. Und da kaufe ich aber auch trotzdem noch einen. Ähm. Das müsste doch hier direkt reinpassen. Alter, guck mal, wie groß er ist. Oh shit, ist der groß. Oh no, der passt doch da gar nicht mehr hin. Oh, hier passt. Aber gerade so. Aber gerade so. So, dann werden wir hier jemanden einstellen. Mitarbeiter, zuweisen. Tja, wäre es gut. Erfahrung hat hier keiner so richtig, ne? Alles egal. Irgendwer muss das Ding jetzt hier am, am Laufen halten. Ist ja Selbstläufer. Das geht hier ganz, ganz automatisch alles. So. Und dann haben wir natürlich trotzdem noch Kohle, um noch einen Automaten, äh, hinzustellen. Das machen wir auch nochmal. Amazort. Automat. Wir brauchen auch langsam mal eine Striptease. Äh. Hier, weißt du? Ein bisschen Unterhaltung. Unterhaltung, Unterhaltung. Pass das hier noch hin? Ansonsten würde ich es auf die andere Seite stellen. So. Oh ja. Okay, okay, okay. Nice. Also ich glaube, jetzt können wir richtig viel Cash machen. Da können wir uns ja bald sogar eine Decke leisten. Ja, Sushi habe ich nicht, Meister. Aber ich habe, äh, Schrimps. So. Und er möchte Schrimps haben. Bitte schön. Ich glaube auch, wir geben denen das Essen kostenlos. Dann bleiben die länger hier wahrscheinlich, ne? Du brauchst mehr Platz. Ja. Also ich sehe hier noch einen Automaten. Auf der anderen Seite würde ich auch nochmal fünf Automaten hinflacken. Und dann können wir über eine Erweiterung nachdenken. Immer mit der Ruhe. Du hast dir, glaube ich, gar nicht zugewiesen. Was? Oh. Du hast völlig recht. Zugewiesen. Jetzt ist zugewiesen. Okay, okay. Hab mich schon gewundert. Guck mal, der will Sushi haben. Weißt du was? Wir bestellen jetzt einfach mal Sushi. Supermarket. Sushi. Große Box, nie. Kleine Box. Machen wir mal drei kleine. So. Das ist aber keine Kanäle hier. Hi, Leute. Der will immer noch Sushi haben. So. Bitte schön, Meister. Ja, klar. Guck mal. Da hinten haben wir jetzt den nächsten Tisch auch eröffnet. Was sehr, sehr gut ist. Wir müssen hier ein bisschen Müll wegräumen noch. Ja, Putzfrau einstellen wäre natürlich auch geil, ne? Tja. Achso, der will einen Schnaps haben. Das ist gut. Schnaps habe ich auch. Bitte schön. Okay. Ja, Kippen weiß ich nicht, wo ich Kippen herkriege. Wo kann man Kippen bestellen, Leute? Im Supermarket auf jeden Fall nicht. Verkauf einstellen. Genau. Anzeigetitel. Gebrauchter Gammeltisch aus Las Vegas. Ähm. Mit Caps geschrieben sogar. Sehr gut. Und Preis machen wir mal 800. Veröffentlichen. Mal sehen, ob da irgendwer was kauft. Oh. Oh, wir haben ein Gebot erhalten. Was? 450. Ja, komm, nimm mit. Nimm mit den Scheiß. Ich kaufe nochmal einen schönen Automaten hier. Wo kriege ich Kippen her, Leute? Wo kriege ich Kippen her? Gibt's. Es gibt hier keine Kippen. Gibt's einfach nicht. Tja. Alter, wie viele Betrüger sind hier, Leute. Hier auch. Ein Steak? Wein habe ich auch nicht. Ein Steak kann ich bestellen. Oh shit, ich habe die Bar abgerissen. Oh fuck. Ja, das ist jetzt natürlich richtig bad. Ähm. 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 So, warte mal. Ich bin gleich soweit wieder. So. Wir brauchen... Was wollte ich jetzt holen? Wein? Ah, schon wieder ein Betrüger, Leute. Ein Steak wollte ich holen, ne? Ein Steak wollte ich holen. Okay, dann will ich auch noch ein Steak haben. Moment, Moment. Steak, Steak. Wir nehmen erstmal nur fünf Steaks. So. Okay, läuft. Wein. Hier ist doch Wein, Leute. Da ist doch alles da. Wein habe ich geholt. Champagner. Hier sind doch Kippen. Okay. Kippen holen wir und Zigarre holen wir auch. Sehr gut. Alles da, Leute. Oh shit. Wir müssen dann langsam mal einräumen ein bisschen. Das Ding ist halt... Casino macht auch gleich zu. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Da können wir ja wirklich schon alle bewirten. Hallo, Moppelchen. Ich muss da einmal vorbei. Da können wir ja gleich alle bewirten. Nice. Also ich glaube, dann haben wir wirklich alles, oder? Tag ist vorbei. Casino schließt. Oh shit. Boah, wir müssen die Angestellten auch noch bezahlen gleich, ne? Das ist das Problem. Das ist schon wieder ein Betrüger, Leute. Das gibt es nicht. Kriege ich dann mein Geld eigentlich zurück, wenn ich den verprügel? Oder warte es an? Das ist ja sehr merkwürdig. Ja, es hat keinen Umsatz mehr gelaufen heute leider. Okay, wir nutzen aber jetzt den Abend erstmal, um hier alles einzuräumen. Dann machen wir gleich wieder auf das Casino am nächsten Tag. Warte, was mache ich denn hier? Wo kommt das? Ach, das ist eine Automat? Okay, das war gar nichts zu essen. Also allein die Automaten müssen doch richtig viel Cash machen jetzt, oder was? Also ich bitte dich. Das muss doch jetzt laufen mit den Automaten. Okay. Ich glaube, dann sparen wir aber auch mal 5000. Guck mal, wie viel Kohle wir hier schon gemacht haben. Also jeder Tisch, alles was ihr hier seht, kostet 1000 Flocken. Das hat sich, glaube ich, schon richtig gelohnt. So, wir gehen einmal schlafen. Moin, Basi, Marsi, einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Steak habe ich alles. Kippen unter Alkohol. Sehr gut, Fossi. Hast du das Spiel auch schon gespielt? Game Meter. Ja, Prestige ist natürlich unter aller Sau. Wir haben aber auch wirklich nur richtige Dullis als Angestellte. Mal gucken. Vielleicht kommt da ja noch was. Hallo Marion. Ich weiß, dir geht es gut. Du brauchst gar nichts schreiben. Hi. Na, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Oh. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir müssen irgendwann auch mal hier zu den schwarzen Karten mit den goldenen Herzen gehen. Mhm. Will mal hier nochmal rein. Achso, aufmachen, aufmachen. Tja, ich glaube, Rechnung wird richtig teuer jetzt, ne? Haben wir hier schon welche? Ne, oh, noch haben wir gar keine. Zumindest haben wir jetzt alles einsortiert. Will doch den Pokertisch gerne noch weiter hier an den Rand schieben. Weiß nicht, ob wir hier so viel Platz brauchen. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Ja, nice. Sehr gut. Und hallo Sky Princess. Hallöchen, mein Engelchen. Wie geht es dir denn auch gut? So, komm doch rein. Oh, der Kopier kommt schon. Unser Pokerkopier. Kann ich hier nicht selber auch mitspielen irgendwie? Boah, ich würde gerne auch mal ein bisschen, weißt du, ein bisschen rumgambeln. Hey, Launemark, danke für den Tipp. Wir sind schon gerade dabei, hier ordentlich zu zocken. Oh, hier ist schon einer. Verlier, 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 verlier. Ah, ein Betrüger. Ich habe ihn sofort gesehen, Leute. Rauf den Schnauzen. Ja. Wir brauchen ehrliche Leute, die ihr Geld hier lassen. Betrüger werden alle weggeballert. Ich sage es dir. Ah, der hat schon verloren. Nice. Sehr gut, Marion. So muss das sein. Na, perfekt. Ja, dann geht es dir ja gut. Das ist ja sehr schön. Oh, scheiße, der hat gewonnen. Oh, no. Sollen wir ihn gleich verprügeln? Oh, der möchte die Schrimps haben. Warte mal. Dann gebe ich dir mal Schrimps. So. Guck mal hier. So, Schrimps. Alter, jetzt gewinnen die hier alle, oder was? Das ist aber nicht so gut, Leute. Ihr sollt doch alle ver... Der hat auch gewonnen. Der auch. Ich gehe pleite. Wir werden alle pleite gehen. Oh, no. So, schmeißen wir mal hier alles rein. Kellner wäre natürlich fantastisch. Betrüger werden direkt verprügelt, Leute. Oh, er verliert. Er ist mein Lieblingsgast. Der hat bisher noch nichts gewonnen. Die ganze Zeit verliert er seine Kohle. Richtig geil. Ich glaube, wir haben hier noch so zwei, drei Betrüger, oder? Reinigen Sie die Böden. Hä, hier ist alles sauber. Ich weiß gar nicht, was er hat. Der hat uns schlechte Bewertungen gegeben, der Keg. Was? Soll ich Putzfrau kaufen? Da müssen wir vielleicht wirklich mal eine einstellen, ne? Unsere Bewertung darf darunter nicht leiden, Leute. Gewinner kommen wieder. Verlierer siehst du nie wieder. Meinst du? Wir sollen die erstmal so ein bisschen anfüttern. Wir sollen erstmal ein bisschen Geld gewinnen lassen. Und dann... Nehmen wir sie richtig aus. Der hat auch schon wieder gewonnen hier. Das gibt's auch davon. Das ist auch schon wieder so ein kleiner Betrüger, du. Ja... Problemzeit, der Betrüger gewinnt die ganze Zeit. Ja... Nice. Hat irgendwer Hunger? Mit dem Knüppel. Möchte irgendjemand was in seine Kauleiste haben? Ey, die gewinnen ja alle. Also heute ist wirklich ein trauriger Tag, Leute. Sushi will er haben. Sushi hab ich da. So, bitteschön. Das gibt's doch nicht, ey. Wie kann ich denn so oft verlieren hier? Kannst du mir nicht erzielen. Ja, ich hab Hunger. Was? Ich brauch ne Putzfrau. Wir brauchen eine... Ja, was heißt Putzfrau? Das klingt so abwendend, ne? Wir brauchen eine Reinigungskraft. Aber die kriegen wir hier nicht. Äh... Wo kriegen wir die her? Sicherheit und Reinigung. 250. Ja, ist egal. Sie können keine Barkeeper oder Reinigungskraft einstellen, bevor sie den Bereich dreimal erweitert haben. Dreimal? Okay. Wollen wir so selber putzen, ne? Was soll ich machen? Ja, nimm doch mit hier das Ding. So. Dreimal erweitert haben, Alter. Der Prestige ist halt richtig low. Der möchte irgendwas zu saufen haben. Warte mal. So. Ein Whisky, der Herr, bitteschön. Mahlzeit. Und da hinten einmal Steak. Sehe ich auch. Äh... So. Ein leckeres... Oh, guck dir das an. Medium. Oh, sieht das lecker aus. Medium gebratene Steak. Aber jetzt verliert bitte eure Kohle hier. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Zigarre. Zigarre. Zigarre habe ich auch. So, bitteschön, junge Dame. Ja, die müssen alle zufrieden sein. Umso mehr... Da ist auch einer Betrüger hier, Leute. Ich sag's dir. Ich hab ihn verprügelt. Ich weiß nicht, ob er Betrüger ist. Aber der gewinnt die ganze Zeit. Dann wird er halt verprügelt. Ist mir egal. Wer hier auffällig oft gewinnt, der kriegt auf die Fresse. Möchtest du auch gerne mal ins Casino kommen? Du bist herzlich eingeladen. Herzlich willkommen in Las Vegas. Du kannst dich hier wohlfühlen. Es gibt hier keine Voraussetzungen. Du kannst jederzeit reinkommen. Du darfst halt nur nicht gewinnen so oft, ne? Das ist das Einzige. Okay. Wir brauchen normale Kippen. So, einmal hierfür. Ein Steak. Für ihn. Und ein Rotweinchen hab ich hier auch irgendwo noch. Oh, lecker! Und noch ein Steak. Alter, Steak. Sehr beliebt, ne? Ja, wir sollen bald mal nachbestellen, glaube ich. Oh, ein Weiß. Champagner, Leute! Champagner hab ich nicht. Ich bin doch hier kein größeres Mensch. Champagner, Leute. Uh, was kostet denn da so eine Pulle? 100 Flocken Champagner. Alter. Okay. Champagner. Dann holen wir gleich noch mal ein paar Steaks mit. So. Sehr schmutzig, Alter. Ey, am liebsten den auch gleich auf die Fresserhunde. Für den Spruch. Gleich ins Gesicht. Nicht? So. Hi, 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 hi. Also dreckig, das verbitt ich mir aber, Leute. Das gibt's doch gar nicht. So. Oh, der Champagner-Dude ist weg. Na gut. Okay, okay. Ja, dann muss ich sauber machen hier, ne? Ich komm mir gar nicht hinterher mit dem Saubermachen. Schwierig, schwierig, schwierig. Hast du Mikrofonprobleme? Wieso? Hab ich Mikrofonprobleme, Leute? Test, Test, 1, 2, 3. Hallihallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Chris, warum willst du mich trollen? Chris, warum trollst du mich? Oh, Sushi wiederhaben. Warte mal. So. Sushi. Konnichiwa. Ach, sehr schön. Ich liebe es, wenn die Leute hier Kohle lassen. F5 hat geholfen. Sehr gut, sehr gut. Haben wir irgendjemanden, der viel gewinnt? Oh, er hat verloren. Oh, sehr schön. Ne, dann würde ich am liebsten auch gleich was spendieren. Ich hoffe, dass nur die Verlierer die ganze Zeit hier, weißt du? Wir sparen mal 2.000. Ja, was wollen wir als nächstes holen eigentlich? Die Decke schön machen, oder? Ja, Müll. Wir müssen auf Müll achten. Da kriegen wir wirklich die meisten schlechten Bewertungen tatsächlich zurzeit. Ja, Müll, Müll, Müll. Guck mal, wir kriegen die Tische gar nicht voll. Aber das ist natürlich hier super, die Automaten. Das coole ist natürlich auch, die wollen erst was haben, wenn sie so oft verlieren. Damit sie bei Laune gehalten werden. Das bedeutet auch, dass sie das Essen und Trinken auch kostenlos bekommen. Guck mal. Ah, der hat gewonnen und will ein Steak. Was? Der hat gewonnen und will ein Steak haben? Wie bitte? Eine Erweiterung. Ja, weiß ich. Also ich würde erst mal die Decke machen tatsächlich. Und dann vielleicht die Erweiterung. Ich glaube, wir kriegen einfach mehr Prestige, wenn wir es schön haben hier, weißt du? Mal, lass mal gucken kurz, was das so kostet hier, so eine Decke. Renovier, ich glaube 2000. Kriegen wir da Prestige? Ah, da kriegen wir gar kein Prestige für. Ja, dann kaufen wir auch keine Decke. Hierfür kriegen wir Prestige. Guck mal. Da machen wir richtig schön teure Tapete dran, oder wat? Zum Beispiel. Alter, 400 ist natürlich eine Hausnummer, ne? Das können wir uns aber nicht leisten. Ei, 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 ei. Wie teuer das alles ist? 100 pro Tapete? Ja, das sieht ganz nice aus, oder? 2,5 Sterne, 100 Flocken. Ah. Oh, oder so. Wollen wir eins von denen nehmen? 1, 2, 3 oder 4? Welche Tapete nehmen wir? 1, 2, 3 oder 4? Ein paar Garnelen finde ich jetzt auch gut. Boah. Ah, Garnelen ist ja ekelhaft. 2, 4, 1, 1, 2, 1, 4, 4, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 3. Okay, okay. Sehr viele sind für die 4. Aber es sind auch viele für die 1. Einige für die 2. Ei, wir nehmen das hier. So. Wie toll ist das denn? Alter, das wird ja schlecht, Leute. Okay, fertig. Dafür sind wir jetzt aber auch richtig arm, ne? Aber ist egal. Ein Betrüger! Hast du gesehen? Wir müssen erstmal sauber machen. Es ist auf jeden Fall auch heftig lila, oder nicht? Wenn die Prestige jetzt... Guck mal, die Prestige steigt ohne Ende. Boah, richtig gut, Leute. Das hat sich doch gelohnt, vielleicht. Ich weiß das noch nicht genau. So, Kippen und Whisky brauchen wir. Whisky, Kippen. Hier, bitteschön, guten Appetit. Ein Whisky. Für ihn hier war das eigentlich. Okay. Und da hinten, wir noch ein Steak haben. Der kleine Lümmel. Boah, warum habe ich überhaupt 50 Steaks? Das ist ja richtig viel. Okay. Und da haben wir noch einen Betrüger. Der Betrüger will was essen. Guck mal, der hat was bestellt. Ein Champagner, ein Bier. Auf die Fresse kriegst du, Junge. Oh, Zigarre, Zigarre und Steak. So. Steak. Bitteschön, die Dame. Und eine leckere, handgedrehte, kubanische Zigarre. Und da schon wieder ein Betrüger. Das kannst du mir nicht erzählen, Leute. Was ist denn hier los? Oh, das war der falsche. Sorry. Tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Kann ja mal passieren. Oh, da ist ja noch ein Betrüger. Also, Leute. So. Ich bleibe jetzt hier stehen mit dem Knöppel. Der Lümmel-Trüger. Und wie findest du jetzt die Wand, die du dir ausgesucht hast? Findest du die schön oder eher nicht so? 0,98 ist natürlich auch schon toll. Junge, 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 Junge. Sicherheit geht nicht. Ich muss erst den Laden erweitern. Ich kann keine Sicherheit einstellen. Wir machen das schon. Wir machen das schon alles. Wir müssen nur gucken, dass wir den Müll wegmachen. Das ist das Allerwichtigste. Sonst kriegen wir richtig schlechte Bewertungen. Das ist das Problem. Boah, 6,8 nur. 5,3. Die ziehen mal eine ganze Bewertung runter hier. Das gibt es doch nicht. Wir haben wieder 2.000. Vielleicht sollte ich die jetzt noch mal investieren, um einen schönen Fußboden reinzumachen. Der ebenfalls heftige Bewertung bringt. Dann landen wir vielleicht schon mal bei 1. Tapete ist top, findest du? Ja, nice. Guck mal, Boden. 100 Boden. 100 ist natürlich viel, ne? Für 50, gibt es da irgendwas für 50? Ah, 4 Sterne für 50. Alter, hier, schwarzer Marmor. Wollen wir schwarzen Marmor nehmen? Wer ist dafür? Also 1 oder 2? 1 oder 2? Blau oder schwarz? 1 oder 2? 1 oder 2? Hallo, Mr. Rossi. Schwarz, 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 schwarz. Schwarz, 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 schwarz. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, dann machen wir das mal. Boah, meinst du, das sieht schön aus gleich? Bin gespannt. Aber kohlemäßig passt das auf jeden Fall. Ist nur komplett zugemüllt alles hier. Ei, 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 ei. Und, wie sieht's aus? Wie findest du das jetzt? Das ist aber schon wirklich Darkroom-mäßig, ne? Ei, 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 ei. Feuchttücher finden Sie außerhalb des Darkrooms auf der rechten Seite neben der Tür. Vielen Dank. Okay, okay, okay. So, was ist das denn? Ach, das ist mein Baseballschläger. Braucht wer aufs Maul hier? Ah, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Steak und Zigarre brauchen wir. Zigarre. Und ein schönes, saftiges Steak. Bitteschön, mein Lieber. Ja, oh, medium gebraten. Rotwein und Schnaps. Rotwein und Schnaps. Ist da, Whisky. Das ist der einzige Schnaps, den wir haben. Aber schön sieht's aus. Aber immer noch unter eins. Oh, Betrüger, Betrüger. Raus mit dir. Du kriegst in die Fresse rein, du. Aber wir machen sehr viel Geld, ne? Also wirklich mal. Wenn du überlegst mal am Anfang, wie wenig Geld wir gemacht haben. Jetzt läuft's. Wir könnten jetzt sogar versuchen, die teuren Automaten langsam aufzurüsten mit den teuren Automaten. Moin, Fang, grüß dich. Dann gehen wir mal wieder ins Casino. Ja, sobald du Kohle brauchst. Nur sag Bescheid. Da gewinnen wir mal wieder. Die Frage ist, was hat er gekostet? Oh, einer Bewertung. Nice. Hat der neue Automaten gekostet? 2.000 oder 5? 5.000. Oh no. Ja, das natürlich. Oh, jetzt kommt die Rechnung. Oha. Oha. Gehälter. Oh, das tut weh. Ja, wir müssen bis 5.000 sparen. Aber das ist okay. Ein Ort wie ein Paradies, sagt er. Oh, schön. Gleich mal schnell hier reinschmeißen alles. Sehr gut. Ja, der Laden hat zu, Leute. Wir sollten noch mal ein bisschen was nachbestellen. Ich glaube, Zigarren brauchen wir auf jeden Fall. Garnele haben wir hier noch. Zigarre brauche ich. Zigarre, Zigarre. Nehmen wir mal 50. Ist viel, ne? Aber wir brauchen Zigaretten viel. Ein paar Zigarren. Noch irgendwas. Komm. Oh, scheiße. Oh, das war zu teuer. Okay, okay, okay. Da nehmen wir noch mal ein bisschen. Was nehmen wir noch? Whisky. Gut. Dann packen wir das mal ein. Beziehungsweise können wir das auch morgen früh einpacken. Wir gehen schlafen, Leute. Sky Plutus fragt, wie ist denn eigentlich Contractville? Lohnt sich das? Also Plushy ist auf... Hallo, Bliss Night. Grüß dich. Plushy ist der absolute Contractville-Fanboy. Ich habe es ja auch gespielt mit Plushy zusammen. Es hat wirklich gerade im Koop sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist noch sehr, sehr buggy an der einen oder anderen Stelle. Die patchen regelmäßig und entwickeln da fleißig weiter. Scheint auch ein größeres Team zu sein. Das Spiel Contractville scheint auch sehr komplex zu sein. Aber Plushy und ich haben versucht, ein Haus zu bauen. Und wir haben es leider nicht abschließen können. Warum auch immer. Warum auch immer. Also wenn du es dir holen möchtest, dann rechne damit, dass noch nicht alles funktioniert. Aber macht auf jeden Fall schon Spaß. Der schwierigste Gegner ist oft nur eine Probe deiner Entschlossenheit. Nicole, Dankeschön. Oha. Vielen, vielen Dank, meine liebe Nicole. 100 Biddys haut sie raus. Die Gottgute. Mensch. Und vielen, vielen Dank auch an Bliss Night für deinem Follow. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, ich weiß, Casino-Bliss Night machen wir bald Erweiterung. Aber das sehe ich jetzt noch nicht. Ich sehe jetzt erstmal neue Automaten aufzustellen. So, ja, komm rein. Das ist Hilde, unsere Kopie. Das ist Harald, unser anderer Kopie. Los geht's. Ja, setzt euch alle hin. Alter, guckt dir das an, wie schön sie hier jetzt hier abgamblen. Ja, wäre natürlich nice, wenn wir dann die teuren Geräte haben. Ich denke mal, da wird auch mehr Kohle reingesteckt, oder? Vermutlich, vermutlich, vermutlich. Ja, für noch einen Tisch reicht es leider nicht. Oh, scheiße, wie sieht das denn aus hier? Wir müssen aufräumen, Leute. So. Alter. Alle haben Hunger und Durst. Whisky, gut, dass wir Whisky bestellt haben. Bitteschön, Leute. Ihr müsst aber langsam mal hier ein bisschen was vergamblen, ne? Aber wenn ich den ganzen Tag zahre, euch hier zu bewirten. Und ein Champagner, na sicher. Man gönnt sich ja sonst nix, ne? Man gönnt sich ja sonst nix. Ein Betrüger. Was? Vielleicht verlieren die auch, wenn wir die so richtig abfüllen mit Alkohol. Das kann natürlich sein. Oh, er will auch ein Schnäppes. Wir beobachten die mal. Jetzt kommen sie alle an die Bar. Alter, was wollt ihr von mir? Geht weg. Wenn ihr hier nix kaufen wollt, dann verpisst euch. Ich brauch Kohle, Mensch. Gerne jemanden, der so viele Unternehmen hat. Supermarkt, Tankstelle, Drogengeschäft und jetzt auch noch ein Casino. Den muss man windig unterstützen. Ja, ich weiß. Das ist wirklich sehr komplex. Meine ganzen Unternehmensstrukturen. Oh, 1,17. Wäre natürlich geil, wenn wir den einen Stern jetzt kriegen gleich, ne? So, neue Runde, neues Glück, Leute. Es gibt Blackjack. Oh, und hier gibt es Zigarren. Schade, dass man nicht so zwei auf einmal nehmen kann. Aber naja. So, eine Zigarre für dich. Und ein Whisky für den jungen Mann dort hinten. So, hi. Na, darfst du irgendwas sein? Vielleicht einen kleinen Schubser? Quasi Big Ambition. Oh, das müsst ihr auch mal wieder spielen, ne? Der ist doch Betrüger hier. Guck mal, der hat doch gewonnen. Der hat doch gewonnen. Der muss doch Betrüger sein. Ich hab ihn einfach verprügelt. Was soll's? Also, Gewinner wollen wir hier nicht haben. Das gibt's doch nicht. Gewinne, 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 gewinne. Oh, hier ist schon wieder Dreck. So, Moment. Zack. Also. Das wird hier sofort bestraft. Die Gewinner werden hier sofort bestraft. Hi. Er hat auch gewonnen, Leute. Ja, den lassen wir dann mal sitzen, sicherheitshalber. So. Wie kann man beim Poker eigentlich? Ich weiß ich nicht. Was verdient denn da die Bank? Die Bank kann doch beim Poker gar nicht verlieren. Die Bank bekommt doch Ante. Also, das ist so ein kleiner Teil der Chips. Also, beim Poker gewinnt die Bank wirklich immer. Weil da kassieren die ja nur ab. Bei Poker hat ja die Bank überhaupt gar keine, gar kein Verlustrisiko. Null. Aber wir brauchen trotzdem irgendwie mehr Kohle, ne? Meinst du, wir sollten alle Automaten verkaufen und dafür einen teureren hinsetzen? Macht das Sinn? Ich denke mal, 500 kriegen wir dafür. 1.000, 2.000, 2.500. Könnten wir kassieren, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. So. Übrigens, wo ich es gerade lese im Chat, also Razor übel bequem. Nein, ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das sage. Ich habe den Stuhl gratis bekommen. Aber der Stuhl ist wirklich, also im Gegensatz zu dem, den ich vorher hatte, richtig geil. Ausrufezeichen Stuhl in den Chat. Oder Razor. Premium. Wirklich toll. Ein Betrüger. Oh scheiße, wo ist mein Basie? Hier. So. Ja, Betrüger mag niemand. Du verkaufst ja auch mehr Essen und Getränke. Boah, ich weiß nicht, ob ich das verkaufe. Ich habe das Gefühl, ich verschenke das. Ich habe das Gefühl, ich verschenke das ein bisschen. Naja. Weil, ich glaube nicht, dass ich da tatsächlich Kohle dran verdiene, oder? Wir müssen ja gleich mal gucken, wenn jemand was bestellt. Schauen wir uns das mal genau. Oh, hier Champagner zum Beispiel. Pass mal auf. So, Champagner. Wir haben jetzt 2, 6, 1, 3. Ja, es ist geschenkt. Immer noch 2, 6, 1, 3. Tja. Da verdienen wir gar nichts. Ich glaube, es ist wirklich kostenlos, um die Leute bei Laune zu halten. Weißt du, dass sie länger hier bleiben. Er zum Beispiel. Der bekommt die ganze Zeit alles in den Arsch geblasen. Der bleibt den ganzen Tag hier. Er liebt es einfach. Oh, ein Betrüger. Was? Der liebt es hier einfach, ne? Hi, Leute. Na? In den Bayern auch ein bisschen sauber machen, dass wir hier nicht auf den Sack kriegen gleich. Toll. Okay, er haut auch ab. Alle rausknüppeln, die was haben wollen. So sieht es aus. Leider geht das nicht vorm Bezahlen. Das Geld kriegst du auch nicht wieder. Aber so richtig viel Kohle machen wir jetzt gerade nicht mehr, ne? Wir brauchen, glaube ich, wirklich ein Upgrade. Entweder noch einen Tisch. Zwei Tische noch. Noch einen Roulette-Tisch. Und ein, äh... Ja, das könnten wir machen. Aber da brauchen wir die Erweiterung. Da brauchen wir auf jeden Fall die Erweiterung gleich. Was kostet denn hier so eine Erweiterung? Renovierungsmodus. Flächenerweiterung. 2.000. Okay, ist gekauft. Ist gekauft. Oh mein Gott. Das hier ist doppelt so groß, Mensch. Ja, nice. Voll gut. Problem ist halt, wir brauchen da Fußboden und alles noch drin, ne? Das ist jetzt halt ein bisschen schwierig. Ähm... Was ist denn das hier für eine ultrageheime Geheimtür? Ist das eine Toilette? Was ist das denn alles? Ein Sauerstofftank. Oh mein Gott. Okay. Ja, das sollten wir jetzt vielleicht auch mal angehen. Dass die Leute vielleicht irgendwie... Die Böden sind schmutzig. Halt doch deine Fresse, Mensch. Das gibt's doch gar nicht. Ein Sauerstofftank? Wofür brauchen wir das? Supermarkt? Also ich glaube, wir machen Minusgrade. Das ist ein bisschen traurig. Äh, Supermarkt nicht bei Amazon, glaube ich, ist Sauerstoff gewesen. Ähm... Wanddekoration, Mülleimer, Sauerstoffflasche. Zehn... Alter, ist das teuer. Bruder. Das kann ich nicht leisten. Was? Das ist schon wieder ein Betrüger, Leute. Alter, und der, wir kippen auch noch haben. So, Rotwein, Champagner. Oha, das war natürlich richtig teuer alles, ne? So, Champagner. Rotwein. Und Garnele. Alter, essen Kraters im Casino? Da würde ich, glaube ich, nur zum Futtern hingehen den ganzen Tag. Heieiei, jo, Schneidersitz ist wichtig. Ja, ich weiß nicht, Ufus, ob es für dich wichtig ist, aber ich sitze nur im Schneidersitz, ne? Also jetzt auch Krat. Für mich ist das mega, mega wichtig. Weiß nicht, vielleicht von euch sitzen vielleicht auch gar nicht so viele im Schneidersitz, aber ich sitze oft im Schneidersitz. Eigentlich fast ausschließlich. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwann dadurch mal irgendwie, keine Ahnung, äh, Thrombose bekomme oder sonst irgendwas. Wat weiß ich. Aber es ist einfach so meine bevorzugte Sitzposition. Schon seit ich Kind war, verknoten sich meine Beine. Leute, wie viel wollen die hier saufen? Oh shit, ich brauche erstmal Knüppel. Betrüger, Betrüger. Also, was brauchen wir? Zigarre ganz viele. Okay, okay, okay. Zigarre haben wir ganz viele. So, einmal hier. Einmal dort. Dann brauchen wir ganz viel Whisky noch. Wer wollte Whisky? Er hier und der andere Dude auch. Sehr schön. Und da ist wieder ein Betrüger, Alter. Also das mit den Betrügern ist aber wirklich nervig, Leute. Raus mit dir, du kleiner Lömme, du. So, du möchtest nichts mehr haben? Sehr schön. Kann ich noch Müll einsammeln? So langsam wird es mit der Kohle. Ich würde jetzt, bevor wir irgendwas machen, erstmal den Raum hier noch renovieren. Weißt du, dass das schön aussieht. Dass unser Prestige wieder hoch geht. Oder wir holen uns direkt einen Tisch. Damit wir mehr Einnahmen machen. Äh, das ist alles... Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie wir es am besten machen. Was würdest du jetzt machen an meiner Stelle? Schön machen oder direkt Tisch reinflanken? Tja. Ist jetzt auch nur ein Schneidersitz, sagt Sky Princess. Ja, guck mal. Ja, siehst du. Sei froh, dass du noch so sitzen kannst. Durch meine Fußballvergangenheit bewegen sich meine Gelenke nicht mehr richtig. Ei, 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 ei. Sauerstoff. Tisch rein. O2. Oh, Leute. Alter, O2 ist aber richtig teuer. Das wisst ihr, ne? Guck mal hier. 10 Liter kosten 1500 Flocken. Ich hab's jetzt mal gemacht. Es ist teuer. Ich hoffe, äh, es bringt was. Dann machen wir's mal rein. Keine Ahnung, ob's was bringt. Meinst du, die verlieren dann eher? Das wär natürlich geil. Hinzufügen. Wir haben was drin. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Da schon wieder Betrüger, Leute. So. Raus hier, du Lümmel. Ja gut, da können die hier natürlich auch alle rauchen, wie die Wilden. Das ist ja gar kein Problem dann. So, Garnele. Und ein Steak. Weil dann wird ja hier quasi die Luft gereinigt, was sehr schön ist. Ähm, die werden dadurch nicht müde und bleiben länger. Ah, okay, 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 okay. Ah, okay, nice. Ich hoffe, die verlieren dann auch mehr hier nochmal ein Rotwein. Rotwein müssen wir beide auch nachbestellen. Aber wir können uns trotzdem noch einen Tisch leisten, ne? Ich würde tatsächlich mal so einen Roulette-Tisch noch reinstellen. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht tatsächlich. Na, wir kaufen mal einen. Wir kaufen nochmal einen Roulette-Tisch. So. Einen Roulette-Tisch. Blackjack haben wir. Carp haben wir nicht. Ähm, Roulette. Okay. Ja, ich weiß, der Fußboden sieht absolut gottlos aus, aber hey, irgendwas ist ja immer. Scheiße, ich komme hier gar nicht durch. Mhm. Ja, wir sollten mal gucken, dass wir hier vielleicht mal die Tische auch mal umstellen. Aber zuerst werden wir hier jemanden dranstellen. Mitarbeiter. Zuweisen. Oh, hier ist ein richtig guter. Guck mal. 900 am Tag. Ist egal, kaufe ich. Das will ich mal sehen. Vielleicht macht er hier richtig Cash in the Tash. 900 am Tag. Das ist ja geil. Vielleicht müssen wir ihn wieder rausschmeißen. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber 900. Erfahren. Kommunikation. Geschwindigkeit. Leute. So. Das werden wir mal entfernen. Und platzieren. Wir bauen jetzt mal ein bisschen um hier, Leute. Passt das hier nicht? Oh, das ist aber mies. Das passt gar nicht so nebeneinander. Na ja, dann müssen wir es vielleicht doch so machen. Vielleicht wirklich so am Rand und die andere und diese Wand alles voll mit Automaten machen, ne? Entfernen. Nehmen. Platzieren. Kann sein, dass wir uns jetzt unser eigenes Grab schaufeln. Wir müssen mal gucken. Ist auch wieder zu weißen wahrscheinlich, ne? Ja, das ist der hier. Das ist dann er. Kann ich hier irgendwie befördern? Wahrscheinlich nicht, oder? Boah, scheiße. Sieht das kacke aus hier, Leute. Ist auch schon Feierabend. Wir müssen schlafen. Dann werden wir den aber auch nochmal. Pass auf, den Stellenverdiener auch nochmal hin. Es sieht halt so schäbig aus hier hinten. Wir müssen unbedingt hier was machen. Boah, wie kacke das aussieht. Platzieren. Das Problem ist halt auch, wir müssen jetzt relativ von der Bar aus relativ weit laufen, ne? Um hier hinzukommen. Ist auch nicht so geil. Na ja. Na ja, na ja, na ja. So. Und was es damit auf sich hat. Wollen wir mal kurz rüber gehen gucken? Wollen wir mal kurz gucken? Geschwindigkeit brauchst du eher bei Poker und nicht bei Roulette. Ja, wir werden das sehen. Snapshot. Ich weiß nicht, ob es da Abhängigkeiten gibt. Hallo? Oh mein Gott, wo bin ich denn? Hallo, Attila. Oh mein Gott. Das Nachbarcasino. Hier kann ich auch. Oh, oh, wow. Jo, machen wir mal 100 auf Rot oder was nochmal hier? Wie mach ich das denn? Start. Seine Rollertisch sieht viel besser aus als meiner. Rot, rot, rot. Rot, rot, rot. Nein, es ist schwarz geworden. Scheiße. Hi. Ja, das ist meine Tante Erna. Ei, ei, ei. Boah, Blackjack weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Es gibt sogar Toiletten hier. Aber da kommt es nicht rein. 100 auf Rot und 100 auf Schwarz. Ja, das macht total viel Sinn. Ich mach nochmal auf Rot. 100. 200. Aber dann müssen wir aber langsam hier. Ich muss arbeiten, Leute. Und das ist natürlich gefährlich. Hier noch ein Casino. Mal selber noch rein. Schon wieder schwarz. Hab leider kein Knüppel mit. Sei froh. Leute. Ihr seht es. Die Bank gewinnt immer. Die Bank gewinnt immer. Setzt nichts ins Casino. Hi. Meine Fresse. Okay, 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 okay. Lass uns schlafen gehen. Wer ist dafür, dass wir morgen dieses Casino-Spiel weiterspielen? Mal eine Eins in den Chat. Wer ist für Norland eine Zwei in den Chat? Okay. Dann lass mal aufmachen, die Hütte. Mal sehen, ob wir jetzt ordentlich Umsatz machen. 1, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2. Ja, zwei. Relativ eindeutig tatsächlich. Kannst du Abstimmung machen? Ja, ich hab nicht mehr so viel Zeit für eine Abstimmung, Snapshot. Das ist das Problem. Ich muss ja auch arbeiten. Aber ich will erst mal gucken, wie der Laden anläuft jetzt. Nachdem ich den komplett umgebaut hab. Gut, die Kohle. Die hätten wir natürlich jetzt auch wirklich nutzen können für sinnvolle Dinge. Und nicht, um sie im Konkurrenz-Casino zu verlieren. Naja, irgendwas ist ja immer. So, warte mal. Wo war denn unser Fußboden, der gute? Alter, hier ist auch ein richtig guter Fußboden. Ich glaub, das muss der hier gewesen sein, oder? Nee, der war das, der war das. 15 Flocken, ja, machen wir mal. Wenigstens mal noch den Fußboden schnell machen. Oh Gott, es reicht nicht. Ich glaub, die Kohle reicht nicht. Oh no. Oh no. Okay, wir sind pleite. Ei, ei, ei. Kommt rein, Leute, es ist offen. Alter, Automat, ne? Junge, hast du gesehen? Betrüger. Betrüger. Alles Betrüger. Aber die 10 Liter O2 reichen noch relativ lange, oder? Äh, die Zahl ist rot. Vielleicht muss ich das erst anmachen. 6, 9 mal 1, 6 mal 2. Ach was, danke fürs Mitziehen. Nice. Oberfläche öffnen. Durch das Öffnen des Sauerstofftanks können Kasinien die Luftqualität verbessern. Und die Spieler dazu zu bringen, länger zu bleiben. Okay, ich hab jetzt hier mal was reingepumpt, Leute. Oh, vielleicht macht das aber auch erst Sinn, das so am Mitte des Tages, äh, weißt du, aufzumachen. Müssen wir mal gucken. Alter, da hinten. Ja, das ist jetzt natürlich das Problem. Wir müssen übel weit laufen, um hier alle zu bedienen. Äh, shit. Vielleicht machen wir noch zwei Erweiterungen und holen uns einfach so einen Barmann. Möchtet ihr mal Garnele haben? Ich hab mal auf Verdacht hier welche mitgenommen. Oh, alle verloren. Nice. Rotwein und Champagner. Rotwein. Und Champagner. Oh, hat schon mal einer von euch Champagner getrunken? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab ja in meiner Spitzengastronomie gearbeitet. Äh, als Koch. Und da gab's öfter mal so ein bisschen Champagner, so, was weiß ich. Wenn was in der Flasche noch übrig war und man kein Glas mehr vollgekriegt hat. Dann hab ich das auch schon mal probiert. Alter, das schmeckt richtig widerlich, ey. Boah. Also dann, lieber Nasti. Sag ich euch ehrlich. Dann, lieber Nasti. Der ist sofort trocken. Gibt natürlich auch verschiedene Champagners. Ich hab Mörd schon getrunken. Diesen Mörd. Kennst du Mörd? Champagner, nicht einfach teurer Sekt? Ja, nicht ganz. Das Champagner kommt aus der Champagne. Das ist so ein Ort. Und der hat ein anderes Verfahren. Ein anderes Kälterverfahren. Der wird nicht so gemacht wie Sekt. In Sekt wird halt Krönsäure, glaube ich, reingepumpt. Und, ach, was weiß ich, wie Champagner gemacht wird. Musst du mal Chatschipiti fragen. Junge, hier ist aber viel los. Ich komm gar nicht dazu, Feierabend zu machen. Aber das hat eine andere Herstellungsart. Auf jeden Fall. Hier, Zigarre, Zigarre. Keiner will Zigarre. Niemand will eine Zigarre. Also, ja.